Proben für das Jazzkonzert Aus allen Ecken der Welt sind die Musiker in die Schweiz nach Ernen gekommen. Einer lauscht aufmerksam. Unter besonderer Beobachtung steht der Bassist. Ich habe die Anfrage erhalten, ein Kontrabasskonzert zu schreiben für Arnulf Ballhorn. Und irgendwie kam mir dann der Name bekannt vor und ich habe dann gegoogelt und bin auf einen Clip gestossen, wo der Arnulf Elektrobass spielt. Und es war ein ganz besonderes Instrument, ein Kristallbass, sechsseiter, bundlos, mit einem unglaublich tollen Clown. Und dann habe ich zurückgefragt. Vor Jahren hatte Alfred Zimmerlin bereits Kammermusik für das Festival komponiert. Nun hat er eine ungewöhnliche Idee. Wie wäre es das, wenn ich das für E-Bass mache? Und da habe ich gesagt, ja super. Und so ist dann das Ganze entstanden. Beim Jazzkonzert kommt dieser E-Bass zum Einsatz. Wir sind kein Festival, sehen und gesehen werden. Das Publikum kommt wirklich wegen der Musik, weil hier etwas ganz Spezielles geboten wird. Musik auf einem sehr hohen Niveau. Schuberts Forellenquintett wird im Tellenhaus geprobt. Innerhalb des Festivals werden die unterschiedlichsten Programme erarbeitet. Die Musiker kennen sich teilweise schon seit vielen Jahren. Die entstandene Gemeinschaft wächst immer aufs Neue eng zusammen. Aufgeführt werden die Konzerte in der Kirche. Musik auf dem Festivals. Was sicher besonders ist, ist der Ort selber ernen. Der Ort ist wirklich magisch. Das überträgt sich auch bei uns, bei der Organisation und auch bei den Musikerinnen und Musikern. Musik auf dem Festivals. Musik auf dem Festivals Musik auf dem Festivals Wir verbinden uns mit den Komponisten in einer sehr speziellen Art. Und man hat das Gefühl, wenn man spielt, wenn man das richtig verstanden hat, man versteht den Prozess vom Komponieren auch. Und das ist also was sehr interessant ist. Also was mit lebendigen Komponisten, die damit dumm sind, ist natürlich ganz, ganz wertvoll. Schon jetzt beginnt die Arbeit an der Auftragskomposition. Spieltechniken und Klangmöglichkeiten werden gemeinsam erforscht. Zuerst einmal sauge ich mich ganz mit diesem Instrument voll. Also ich möchte wissen, was das für ein Instrument ist, wie das funktioniert, wie das klingt, was das für eine Geschichte hat, wie sein Rucksack gefüllt ist. Und wenn ich mich damit vollgesogen habe, dann weiß ich meist auch, in welche Richtung ich arbeiten könnte. Zeitgenössische Musik ist schon lange ein fester Bestandteil des Festivals. Der Schweizer Komponist und der Bassist aus Berlin sind sofort auf einer Wellenlänge. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Dingen und neuer Musik und neuen Klangmöglichkeiten. Und auch letzten Endes natürlich neuen Herausforderungen und neuen Aufgaben. Und als mich die Nachricht erreichte von dem, was hier nächstes Jahr geplant wird, war ich natürlich sofort hellauf begeistert. Und seit ich Alfred kennengelernt habe, bin ich es noch viel mehr. Gleichfalls. Das Tellenhaus ist nicht nur ein Ort zum Proben. Nach den Konzerten kommen dort alle zusammen. Musiker, Organisatoren und auch das Stammpublikum. Es wird gegessen, getrunken und gefeiert. Ein kleines Ritual seit mehr als 40 Jahren. Musik Ich denke, dass wir darauf hinauslaufen, dass für dieses Stück das Instrument in Anführungsstrichen neu erfunden werden muss. Vielen Dank. Vielen Dank.